Hi! Nachdem wir in der letzten Session gelernt haben, wie ein Kompressor funktioniert, besprechen wir in dieser Session einige Anwendungsbereiche für Kompressoren und lernen, wie man beim Einstellen eines Kompressors vorgeht. Wofür verwendet man einen Kompressor? Man kann mit dem Kompressor die Dynamik eines Signals vor der Aufnahme einschränken, um die Dynamik der Musikperformance an die Dynamik des Aufnahmemediums anzupassen. Wir sehen hier die nutzbare Dynamik eines Aufnahmemediums. Sie ist der Bereich zwischen Grundrauschen und Clipping-Grenze. Eine analoge Bandmaschine hat etwa einen Dynamikumfang von 60 dB zwischen Grundrauschen und Übersteuerungsgrenze. Ein digitales Medium mit 16-Bit hätte theoretisch 96 dB Dynamik, in der Praxis sind es aber wesentlich weniger. Warum dies so ist, lernen wir im Themenblock Digitaltechnik und digitale Mischpulte. Gehen wir davon aus, dass unser Aufnahmemedium eine Dynamik von 60 dB hat. Die Musikperformance unserer Sängerin hat aber eine Dynamik von 70 dB. Wenn wir die Aufnahme so einpegeln, dass der lauteste Ton gerade nicht zerrt, so würden die leisen Teile im Grundrauschen untergehen. Pegelt man so ein, dass auch die leisesten Stellen hörbar bleiben, so verzerren die lauten Stellen. Hier kann ein Kompressor verwendet werden, um die Dynamik vor der Aufnahme einzuengen. Der Kompressor muss hierfür an den lautesten Stellen eine Gain Reduction von 10 dB anzeigen. Ein weiterer Grund, wieso es Sinn macht, einen Kompressor bei der Aufnahme einzusetzen ist, dass man dadurch den Rauschabstand verbessert. Wir sehen hier eine Wellenform mit einer relativ lauten Signalspitze. Man kann maximal so hoch auf das Aufnahmemedium aussteuern, dass diese Spitze nicht verzerrt. Dadurch ergibt sich ein bestimmter Abstand zum Grundrauschen. Hier sehen wir dasselbe Signal noch einmal, aber komprimiert. Der Kompressor hat die Pegelspitze ausgebügelt. Dementsprechend kann man weiter aussteuern. Im gleichen Maße wird auch der Rauschabstand höher. Ein weiterer Anwendungsbereich für den Kompressor ist, die subjektive Lautheit und den Druck einer Mischung zu erhöhen. Der Kompressor erhöht den VU-Level und darum werden komprimierte Mischungen als lauter empfunden. Lange Zeit wurde das Komprimieren exzessiv in der Werbung betrieben, denn die Sender haben für die Sendekopien einen bestimmten Peak-Level vorgeschrieben. Die Werbeagenturen wollten immer, dass ihre Spots möglichst laut klingen, so dass man die Werbebotschaft auch im Nachbarzimmer noch hören kann, so dass Oma auch ohne Hörgerät versteht, was sie kaufen soll, und dass diejenigen aufwachen, die während des Spielfilms eingeschlafen sind. Die Tonstudios erreichten diese Lautheit durch starke Kompression. Es entstand ein Kampf darum, wer Werbespots am lautesten und darum vermeintlich am besten produzieren kann – der oft zitierte Wall of Loudness. Man durfte auf keinen Fall leise sein als die anderen, und so wurde immer stärker und stärker komprimiert. Man nahm sogar Kompressionsverzerrungen und Klangverschlechterungen in Kauf, nur um laut zu sein. Schön hat es oft nicht mehr geklungen, und man brauchte viel Zeit, um die Mischung möglichst laut hinzubekommen und dabei möglichst wenig Klangeinbußen zu haben. So in etwa sieht die Wellenform eines stark komprimierten Werbespots aus. Zum Glück haben sich die meisten Fernsehsender im deutschen Sprachraum entschieden, mit September 2012 eine neue Norm für die Aussteuerung von Sendekopien einzuführen. Seitdem gibt es keinen vorgeschriebenen Peak-Level für Sendekopien mehr, sondern einen vorgeschriebenen LU-Level. Der LU-Level ist ganz grob gesagt so etwas ähnliches wie ein VU-Level, nur, dass auch die Frequenzabhängigkeit unserer Lautstärkenwahrnehmung berücksichtigt wird. Der LU-Level ist ein sehr gutes Maß für die empfundene Lautstärke einer Mischung. Da nun nicht mehr der Spitzenpegel vorgeschrieben ist, sondern der LU-Level, ist nicht mehr der Lauter, der stärker komprimiert, sondern theoretisch sollten alle gleich laut wirken. Trotzdem wird man in der Werbung nach wie vor eher stark komprimieren, um die Verständlichkeit zu erhöhen. Aber man muss eben nicht mehr gnadenlos um jedes Dezibel kämpfen. Außerdem wird sich in den nächsten Jahren herausstellen, welche Tricks und Techniken es geben wird, um das LU-Mieter zu überlisten, sodass man doch wieder ein bisschen lauter ist als die anderen. Den War of Loudness gab es nicht nur in der Werbung, sondern es gibt ihn nach wie vor auch in der Musik. Hier gibt es niemanden, der einen gewissen LU-Level vorschreibt. Und die meisten denken, lauter ist druckvoller und darum besser. Das stimmt aber nur sehr bedingt. Über kleine Lautsprecher werden stark komprimierte Musiksignale von den meisten Konsumenten als besser empfunden als unkomprimierte. Auf guten Lautsprechern hört man jedoch oft, dass zu stark komprimierte Musik verzerrt klingt und dass der Klang zerstört ist. Außerdem ist es auf Dauer ermüdend, zu stark komprimierte Musik zu hören. Egal ob es einem gefällt oder nicht, Tatsache ist, dass heutzutage keine Musikproduktion im Bereich der Popularmusik ohne Kompressoren auskommt. Kompressoren werden auf einzelne Instrumente, Instrumentengruppen und auch in der Stereosumme verwendet, um die Lautstärke und den Druck zu erhöhen. Es gilt bei starker Kompression stets einen Kompromiss zwischen Lautstärke und schönem Klang zu finden. Eine weitere Möglichkeit, Kompressoren einzusetzen, ist die Formung von Hüllkurven und die Klang Gestaltung. Hier spielen die Parameter Attack und Release eine große Rolle. Wir sehen hier die Wellenform einer unkomprimierten Snare. Hier haben wir dieselbe Snare, komprimiert mit einer Attackzeit von einer Millisekunde. Wie wir sehen, ist der Ausklang lauter geworden. Außerdem sieht man, dass die komprimierte Snare weniger perkursiv ist. Die Hüllkurve bleibt nach dem ersten Anschlag einfach oben, anstatt etwas zurück zu gehen. Nun sehen wir uns dieselbe Snare an, wenn man sie mit einer Attack von 15 Millisekunden komprimiert. So wird die Snare perkursiver. Das liegt daran, dass der Kompressor die erste Spitze noch durchlässt und dann es mit dem Absenken beginnt. Die Attackzeit wäre hier in etwa so lang. In dieser Zeit regelt der Kompressor auf die eingestellte Ratio. Attackzeiten von etwa 10 bis 20 Millisekunden erhöhen die Perkursivität einer Trommel. Eine lange Releasezeit bewirkt, dass eine Trommel schneller abklingt. Man muss die Zeitparameter aber immer nach Gehör einstellen. Ein weiterer Anwendungsbereich für Kompressoren ist, bewusst Pumpen zu erzeugen. Normalerweise ist Pumpen eine unerwünschte Eigenschaft, die entsteht, wenn ein Kompressor falsch eingestellt ist und seine Regelbewegungen hörbar werden. Zum Beispiel in der elektronischen Musik kann man sich ein solches Pumpen aber auch zunutze machen, um einen Groove zu erzeugen. Man stellt die Zeitparameter so ein, dass ein regelmäßiges rhythmisches Pumpen erzeugt wird. Am besten wird das Pumpen oft bei einer hohen Ratio und einer hohen Gain Reduction hörbar. Besonders gut lässt sich Pumpen auch mit einer Sidechain Compression erzeugen. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Eine Spezialanwendung für den Kompressor ist die sogenannte Sidechain Compression. Viele Kompressoren haben einen sogenannten Key Input oder Sidechain Input. Hier kann ein externes Signal in den Regelweg eingespeist werden. Man steckt einfach ein beliebiges Signal auf den Sidechain Input und aktiviert den entsprechenden Schalter am Gerät. Meist heißt dieser External Key oder so ähnlich. Dadurch wird das zu bearbeitende Signal nicht mehr in Abhängigkeit von sich selbst, sondern in Abhängigkeit vom externen Signal komprimiert. Das bedeutet, der Kompressor regelt dann, wenn das externe Signal den Threshold überschreitet. Eine typische Anwendung für eine Sidechain Compression ist, den Bass in Abhängigkeit der Bassdrum zu komprimieren. In diesem Fall wird der Kompressor auf den Bass angewandt. Der Bass ist also im Signalweg. Die Bassdrum wird über den Sidechain Input in den Regelweg geführt. Nun kann man den Kompressor so einstellen, dass der Bass immer dann etwas leiser wird, wenn die Bassdrum kommt. So werden Probleme verringert, die durch die Überlagerung der beiden Instrumente entstehen können. Da wir den Regelweg nicht hören, muss die Bassdrum natürlich zusätzlich weiterhin auf die Stereosumme gehen. Wie stellt man einen Kompressor am besten ein? Die Einstellmethode gibt es beim Kompressor nicht. Wahrscheinlich entwickelt jeder im Laufe der Zeit seine eigene Methode, je nachdem, was er gerade bezwecken will. Aber gerade am Anfang empfiehlt es sich, systematisch vorzugehen. Hierzu folgt nun eine Empfehlung. Zuerst macht man einige Voreinstellungen, man resettet den Kompressor. Man setzt ihn also auf Einstellungen zurück, in denen er das Signal nicht verändert. Das heißt, der Threshold wird ganz nach oben gestellt und die Ratio auf 1 zu 1. Den Output Gain stellt man auf 0 dB. Die Zeitparameter stellt man auf Standardwerte. Sagen wir die Attack auf 5 ms und die Release auf etwa 200 ms. Dann wählt man das Knee aus, je nachdem, ob man eher eine härtere oder softere Kompression haben will. Soll die Kompression hart klingen, wie bei perkussiven Instrumenten oder E-Gitarren, so stellt man den Kompressor auf Hard Knee. Wenn es weich klingen soll, wie bei einer Gesangsstimme oder einer Stereosumme, so stellt man den Kompressor auf Soft Knee. Nun stellt man die Ratio ein. Auch hier gilt, eine niedrigere Ratio klingt weicher und unauffälliger. Als nächstes stellt man den Threshold ein. Und zwar macht man das mit Blick auf das Gain-Reduction-Meter. Für einzelne Instrumente sind Gain-Reductions zwischen 4 und 16 dB üblich. Handelt es sich um eine Stereosumme, komprimiert man wesentlich geringer, etwa 2 bis maximal 6 dB. Nun stellt man den Output-Regler ein. Oft stellt man den Output-Gain in etwa auf den Wert ein, den das Gain-Reduction-Meter anzeigt. Dies ist aber nur ein Richtwert. Details dazu hören wir gleich im Anschluss. Nun stellt man die Zeit-Parameter ein. Geht es darum, die Dynamik einzuschränken und dann Lautstärke zu gewinnen, so stellt man die Attack so kurz wie möglich ein, ohne dass Verzerrungen auftreten. Die Release stellt man so ein, dass es nicht pumpt. Wenn man die Hüllkurve formen will, stellt man die Zeit-Parameter, je nachdem was man für Klangvorstellungen hat, anders ein. Mit einer kurzen Attack wird die Hüllkurve weniger perkussiv. Mit einer etwas längeren wird sie meist perkussiver. Mit einer langen Release wird beispielsweise der Ausklang an der Trommel unterdrückt. Um Pumpeffekte zu erzielen, stellt man die Zeiten nach rhythmischen Gesichtspunkten ein. So könnte die Vorgehensweise beim Einstellen eines Kompressors aussehen. Wir werden in der nächsten Session gemeinsam einen Kompressor einstellen. Wie stellt man am besten den Output-Gain eines Kompressors ein? Nehmen wir an, wir wollen den Kompressor nutzen, um ein Lautstärke zu gewinnen. Um objektiv beurteilen zu können, um wie viel ein Signal durch den Kompressor lauter geworden ist, müssen wir sicherstellen, dass beim Vergleichen das komprimierte und das unkomprimierte Signal den gleichen Spitzenpegel haben. Man könnte glauben, wenn man am Ausgang um den Wert anhebt, den das Gain-Reduction-Meter anzeigt, müsste man vorher und nachher denselben Spitzenpegel haben. Das stimmt aber nicht. Den Output-Gain auf den Wert zu stellen, den das Gain-Reduction-Meter anzeigt, führt nicht zum selben Spitzenpegel. Wir sehen hier noch einmal unsere Snare, die mit langer Attack-Zeit komprimiert wurde. Hier am Beginn ist die Gain-Reduction gleich 0. Die Spitze kommt hier ungehindert mit vollem Pegel durch. Es ist also kein Anheben möglich, wenn der Spitzenpegel gleich bleiben soll. Es wird aber natürlich eine Gain-Reduction im Meter angezeigt, denn im Laufe der Attack-Zeit regelt der Kompressor ja auf die eingestellte Ratio hin. Würde man also den Output-Gain auf den Wert einstellen, der im Gain-Reduction-Meter angezeigt wird, würde man tatsächlich den Spitzenpegel des Signals anheben. Das klingt dann auch lauter, geht aber nicht auf die Kompression zurück. Will man den Lautstärken-Gewinn objektiv beurteilen, muss man den Output-Gain des Kompressors so einstellen, dass man am Output-Meter immer denselben Pegel misst, egal ob der Kompressor auf Bypass steht oder nicht. Das Output-Meter des Kompressors ist für diese Messung nicht immer geeignet, es könnte zu ungenau sein. Wenn es den Pegel nur in 3 dB-Schritten anzeigt, reicht es nicht. Außerdem stellt sich die Frage, ob es überhaupt einen Pegel anzeigt, wenn der Kompressor auf Bypass steht. Wenn das Output-Meter des Kompressors nicht geeignet ist, muss man ein anderes Meter verwenden. Immer wenn man irgendein Parameter am Kompressor verändert, ändert sich auch der Ausgangspegel. Es ist also nötig, regelmäßig zu überprüfen, ob der Pegel noch stimmt. Ganz anders fällt es sich, wenn man den Kompressor benutzt, um die Hüllkurve zu formen und den Klang zu gestalten. In diesem Fall macht es Sinn, den Output-Regler so einzustellen, dass man gehörsmäßig die gleiche Lautstärke empfindet, egal ob der Kompressor auf Bypass steht oder nicht. So kann man sich mehr auf die Klangfarbenänderung konzentrieren und wird in der Beurteilung nicht von der Lautstärke beeinflusst. Wir werden in der nächsten Session noch in der Praxis sehen, wie man einen Kompressor einstellt. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Folgendes sind die Anwendungsbereiche für Kompressoren. Wir können mit einem Kompressor die Dynamik einer Performance an die Dynamik des Aufnahmemediums anpassen. Wir können ihn nutzen, um bei einer Aufnahme den Rauschabstand zu verbessern. Wir können die subjektive Lautstärke eines Signals erhöhen. Wir können die Hüllkurve und somit die Klangfarbe eines Signals verändern. Wir können durch Pumpen Grooves erzeugen. Und wir können Spezialeffekte durch Sidechain Compression erzielen. Beim Einstellen eines Kompressors kann man folgendermaßen vorgehen. Man resettet den Threshold, die Ratio und den Output Gain. Dann macht man eine Voreinstellung für die Zeitparameter, für das Ni und für die Ratio. Nun stellen wir den Threshold so ein, dass wir die gewünschte Gain Reduction erreichen. Zum Beispiel wären 6 dB ein typischer Wert für die mäßige Komprimierung einer Einzelspur. Wenn es darum geht, die Lautstärke zu erhöhen, stellen wir den Output Gain so ein, dass wir am Ausgang immer den gleichen Pegel messen, egal ob wir den Kompressor auf Bypass schalten oder nicht. Wenn es darum geht, die Klangfarbe zu beurteilen, kann man den Output Gain so einstellen, dass die Signale im Vergleich gleich laut empfunden werden. Dann stellt man die Zeitparameter ein. Geht es darum, Lautstärke zu gewinnen, stellt man die Attack so kurz wie möglich ein, ohne dass man Verzerrungen hören kann. Und die Release stellt man so ein, dass man nichts pumpen hört. Nachdem man die Zeitparameter eingestellt hat, muss man noch einmal den Output Gain kontrollieren. Zumindest, wenn man ganz genau arbeiten will. Denn wie wir wissen, kann sich der Pegel durch die Zeitparameter noch einmal ändern. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.